Jutze, hey, komm, auf! Und heute gucken wir uns mal an, dass wir die Sachen, die wir noch nicht fertig gemacht haben, fertig machen. Da legen wir auch los. So, also hier scheint es irgendwie noch nicht fertig zu sein. Gegenstand Verkauf. Voilà, die Gegenversteine, die Gegenstand Verkaufung aber. Auch immer eine Badewanne im Dings. Ach so, das ist ja dieses Problem. Okay, Leute, wir machen was anderes. Wartet. So, jetzt kann ich das machen. Ich habe jetzt einfach neu gestartet. Das heißt, jetzt kann ich nochmal von vorne. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt alles richtig ist. So. Das sage ich nicht verkaufen. So. So. Zack. So. Haue die Wände hier hin. Wände. So. Na, das muss ich nämlich machen. Hier die Wände hin. So. So. Sieht einfach auch, als wäre ich es jetzt schief baue. So. Zack. Und hier die... So. Also hier kommt... Was weiß ich, was da auch mal hinkommen sind. Eine Waschmaschine. Okay. Das heißt, hier kommt die Waschmaschine. So. Schrauben wir das mal auf. So. Zack. Zack. Und dort wieder rein. hier kommt waschbecken nein waschbecken genau das hier dann gehen wir hier hin zur badewanne 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 eben glaube ich sowas im ernst das so stehen ja kann so bleiben sollte die toilette natürlich die doof und nicht fehlen werde ich jetzt die toilette und dann kommt noch die dusche 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 machen wir die so fertig war jetzt noch ein toilettenpapierhalter das kommt hier daran teppich kreis so was muss ich jetzt noch machen gehen wir mal hier durch gegenstand kaufen ok stuhl warte wir machen das erst mal so hier kommt das sind ein dennoch so zwei stück kommen jetzt zwei von hin jetzt habe ich alles erledigt nicht mit dem ob ist fertig werden schon immer von einem schönen boot träumt ja und interessiert mich eher weniger aber schön dass er hier schon immer von einem schönen wohnzimmer geträumt hat da machen wir hier nochmal aus der renovierung legen wir los hier sollen wir schon irgendwas machen einige verschmutzung ja so insta reinigen machen wir auch so so zack streichen mit den farben schräg ich brauche blau heizung machen wir schon mal die heizung dran so so leute ihr seht mich gleich wieder wenn ich die heizung gestrichen habe so ist gestrichen fällig das bett kommt schön an die heizung was ist das für ein tisch das ist doch ein tisch oder also wenn das ein tisch ist dann weiß ich auch nicht so einig die verschmutzung so und die zwei zimmer fertig gehen wir hier rüber zu den nächsten so gehen wir mal hier rein und hier die geräte badezimmer heizung ok bitte machen wir doch so hallo hier muss ich wieder streichen so Fenster reinigen so 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 gut dann müssen wir wieder streichen und dann sehen wir uns gleich wieder ja so die heizung ist damit fertig jetzt müssen wir hier wieder Sachen äh was sag ich denn die ganze Zeit Heizung ich meinte die Wand so so Schrank kommt hier hin. So, da kommt der Schrank hin. Das kommt da hin. Fast nicht mehr. So, da. So, da war ich jetzt hier drin, hier drin und hier drin. Genau, dann muss ich jetzt hier ins Wohnzimmer. Hallo. Danke. So. Zack. Was ist denn hier noch Schmutz, ey? Ist doch gar kein Schmutz mehr. Ah doch da. Ey, hat man null gesehen. So, montieren wir die Heizung. Mach ich doch gerne. Die Heizung montieren, mach ich gerne. So. Zack. Hier rein. Ey, worum ist hier überall Müll? Hallo. Jetzt. Kann ich nicht sauber machen. So. Fenster reinigen. Zack. 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 Wo ist die Heizung hier? Was ist das auch für eine hässliche Couch, Alter? Ist ja irgendwie zässlich. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Schmutz. Ey, wo soll denn hier Schmutz sein? 34%. 34%. Oh. So. Fenster reinigen. Zack. Im Bordezimmer. Äh, Heizung. Zack. 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 Türe. So, machen wir hier nochmal die Schmutz weg. So. Schön hier alles weg machen. So Leute, ich würde sagen, ich streiche das jetzt nun mal. Ich baue dann hier die ganzen Teile und dann zeige ich das euch nun mal. So, jetzt haben wir hier kurz ein Büro hin gemacht. Bett. Ja, Schrank und Schrank. Und dann habe ich hier eben blau angestrichen. Und jetzt sind wir fertig. Das heißt Leute, wenn ihr es euch gewinnt, dann lasst gerne Liken, Abonnenten, Kommentare. Schaut außerdem auch meine Disclosure vor, bei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hatte einen traumhaften Tag. Haut rein, hatte euer Sandow. Ciao, ciao.